Oberhausen. Es ist Sonntagabend. Ich vermute, ihr müssten morgen früh fast alle Arbeiten. Wollt ihr wirklich noch einen hören? Ohne Scheiß. Was ist jetzt? Gatterin ist mal. Halb zwölf? Nein, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr müsst morgen früh recht früh raus. Der Wecker klang in der Viertel nach sechs. Das ist in der Nacht vorbei. Dann geht es wieder andersrum. Wollt ihr wirklich noch einen hören? Ohne Scheiß. Wollt ihr einen hören? Ja! 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 Okay. Dann machen wir es einfach. Hier ist vom Scarecrow-Album LOST. Okay, komm. Vom Scarecrow-Album LOST AND SWEIN! LOST AND SWEIN! LOST AND SWEIN! LOST AND SWEIN! Das ist echt G bend ebenso we dort. Da ist beim Scarecrow-Album LOST AND SWEIN! Janne R непcado. 2 J How could I know, how could I see Feeling like love stays back to you Forever, forever Forever, forever Forever, forever Forever, forever Wahnsinnig fantastisch Oberhausen, das war unglaublich heute Abend Und, wie ich vorhin schon mal gesagt habe Sollten wir noch mal eine Tour machen unter dem Banner Avantasia Verspreche ich euch, dass wir wieder hierher kommen Wir waren fantastisch Und ich bleibe bei meiner Meinung Hier ist das Effizentrum des Heavy Metal in Deutschland Ihr seid unglaublich fantastisch Vielen, vielen, vielen David Hohle mit Vielen Dank Oberhausen Hier ist die letzte Saison für heute Abend Die Käpt'n einmal von Gott Und wir haben auch ein Rektor Und wir haben auch ein Rektor Ich mache es kurz, ich möchte, ich muss die Welt vorstellen. Ich mache es kurz, aber ich muss es tun. An der Gitarre, der Mensch, der nicht nur Gitarre spielen kann, sondern auch ein wunderbarer Selle ist, großartiger Typ. Oliver Beritschmann-Konchmann! Backing-Vocals und Lead-Vocals, unsere wunderschönen Nachtigall. Amanda Zuckerberg! Und Backing-Vocals, Lead-Vocals, unser wunderschöner Nachtigall-Rich. Hören wir an uns! Am Keyboard, der Hans Zimmer aus Wolfsburg, Mero Rodenburg! Wunderschöner! Dieser Mensch arbeitet mehr als jeder Fußballprofi, der die Verlängerung und den Elfmeter schießen muss. Dieser Mensch spielt dreieinhalb Stunden am Abend mit beiden Füßen, mit beiden Armen. Ohne Kopf, aber scheißegal. Er macht das wunderbar. Er hat vorgestern 40 Fieber gehabt, er ist trotzdem auf die Bühne gegangen. Ich zieh meinen Hut vor diesem Monster. Dankeschön, Felix Borker! Applaus, der Mensch, bei dem es für sechs Seiten nicht gereicht hat. Aber viel bedient er wie kein anderer. Nicht mal so wie ich! And, nee, nein, empfällig! Nein, ich wollte eigentlich damit sagen, dass du das noch besser machst als ich. Und dann macht's doch ein bisschen, nämlich auch husten. Und das macht sich dann auch nicht in YouTube-Videos gar nicht so gut. Ich hab ein bisschen husten! Ich hab ein bisschen husten, aber wir haben trotzdem nicht angesagt. Das ist doch toll, oder? Guck mal, guck mal! Ganz scheiß, das ist echt! Guck mal, hör, guck mal! Trotzdem nicht abgesagt! So, nochmal! An der Bass-Gitarre, der wunderschöne André Neigenfeld! So! Und jetzt werden die euch denken, na, da fehlt doch noch einer! Wo ist er denn? Na, da ist er ja! Der Mensch! Der Mensch, der dieses ganze Plemporium hier produziert! Und Hepsody! Und Camelot! Und Angra! Und alles, was ihr bei einem Siderica bestehen habt! Der ist dafür verantwortlich! Der großartige, beste Musiker, den ich in meinem ganzen Leben getrockne! Und der hat auch recht! Der hat den Happy-Mittels heute nicht erfunden! Aber man weiß ja! Und dann, bitte, bitte, mit ein big oben in Mr. Tamias Samir! Jaaah! 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 Na, go, go, go! Jaaah! 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 Oberhausen, wir sehen uns, hier ist Singin' on the Cray! Oh, liebe Volk ist Mr. Jörg 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 Oh, liebe Volk ist Mr. Jörg 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 Oh, liebe Volk ist Mr. Jörg 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 J Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 We are the angels It's the revelation So cast the nation Fire with fire 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 Vielen Dank Uwe Hause, das war unglaublich, wir sind großartig, Dankeschön.